Hallo, 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 weiter geht's mit Saucebug, der Stab der Wahrheit, willkommen dazu, ich bin der Lassi, grüß du kannst, wir sind hier in Kanada, in Kanada, wo denn sonst? Okay, wir haben uns letztes Mal so ein Waffenhaus gekauft, wir haben, äh, oh, oh, was ist das? Oh, verpixelte Scherbe, ah ja, ja, ich will nicht einmal, dass es hier eine verpixelte Scherbe gibt. Ich werde mal kurz hier rumgehen und erst mal abchecken, wie hier so die Lage ist. Wieder zu mir. Hallo? Ja, dann nicht, okay, was haben wir hier? Erst mal gucken, der ist kaputt, der ist kaputt, der ist kaputt hier, der sieht auch kaputt, vielleicht finde ich ja sogar ein Schien-Pokémon hier, haben die in Kanada Schien-Pokémons? Nein, oder? Das glaube ich nicht, oh, eine Scherbe, eine verpixelte Scherbe, noch eine verpixelte Scherbe, das sind Sachen, die ich brauche, unbedingt. Oh, hallo, die Prinze und Prinzessinnen von Köln, ja! Oh, mitnehmen, das ganze Zeug mitnehmen, es sieht halt auch so geil, verpixelt einfach aus, ich liebe das, einfach großartig, kommen wir hier schon rein? Oh. Ja, ich werde gleich mit der Prinzessin sprechen, es ist gar kein Problem, ich werde jetzt kurz gucken, was hier alles so ist. Was ist das denn hier, können wir das mitnehmen? Kann der schon eh entscheiden? Handschocker? Schwächtfeindliche Angriffe bei perfekten Schlägen. Ei, 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 nicht schlecht, alles nehmen natürlich. Was ist mit diesem Freundchen hier? Oh, cool, kommen wir jetzt hier hin? Alles verschlossen, da kommen wir noch nicht hin. Und hier ist keiner, Souveniershop ist gerade keiner da, oder was? Oder bist du das, du hast keinen Bock, oder wie, oder was? Da ist doch die Prinzessin von Kanada und der König von Kanada, die sind alle hier. Aber vorher muss ich jetzt alle Vasen zerstören, die ja, oh. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Kanada, and this is my lovely wife. How can I help you? Watch this. Hmm. Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Kanada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Kanada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Kanada is filled with direwolves. You know what direwolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Oh, I walk automatically wieder. That was already a bug. Auf nach Norden. I walk automatically. Cool. I'm not anymore. Thank you. Oh, quest of Kanada. Oh, Kanada. Can I talk with her and she will be my friend? Oh. You say say that every time a princess crafts, another angel is born. Oh, God. Back already? What? Sehr gut. So, wir müssen mit irgendeinem komischen Typen quatschen. Warte, kurz abchecken die Quest. Quest, 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 quest. Bündnis schmieden, da rekordiere Mädchen. Oh, Kanada. Äh, die Dokumente finden sie, okay, okay, okay. Kurz die Karte abchecken. Achso. Achso, ich muss, glaube ich, mit dem hier reden, ne? Ich glaube, der ist das sogar. Ich glaube schon, deswegen gehen wir da kurz hin. Die anderen sind ja nur alle Fuß vor, deswegen müssen wir zu diesen alten, alten, ja, der ist er noch. Ach mal Zehner. Yay, sie haben mir die Fotos gehalten. Und die darf ich rausgehen. Juhu, danke schön. Sehr toll. Sehr geil. Total mysteriös und total cool. Also, äh, gib dem Earl von Winnington die Dokumente und finde heraus, ob er sie für dich übersetzen kann. Alles klar, alles klar. Was haben wir hier? Das ist mit das, das ist Großwildjagd. Was müssen wir eigentlich hier machen? Nutze eine possiblene, äh, äh, kanadische Bellenspinne. Okay, okay, okay. Alles klar, alles klar. Wisst ihr Bescheid? Was abgeht? Wir müssen los. Und raus aus Kanada und gegen die bösen Wölfe kämpfen. Oh mein Gott, die sind ja mega böse, wa? Ich glaube, ich heile mich hier nicht. Alter, drei Stück. Get out of my way or I'll kick your ass. Was? Was? Wie viel Schaden die machen? Wa, 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 waat? Das ist richtig viel Schaden. Erstmal kurz heilen hier. Das gefällt mir gar nicht. Wie viel Schaden die machen? So, kurz hier hier reingedrückt. Alles gleich hin. Wie viel AP haben die? 9.100. Das ist gar nicht mal so wenig. Ähm, ich würde sagen, ich werde erstmal einen... Wir werden das hier machen. Dann könnt ihr ihre Special-Fertigkeit nicht benutzen. Das ist schon mal gut. W. Ausgedrückt. Und ein D. Schön. So, kurz uns sammeln hier. Keil ist so gut wie down. Fuck my life. Not good. Wir können jetzt leider nichts mehr machen. Wir werden aber kurz einmal eine Fertigkeit rausholen. Und zwar den Pfeil regen. Ich glaube, der ist böse. So war das. So müssen wir uns aufpassen, welche Tasten wir drücken. Sehr gut. Nein, ich muss da A drücken. Fuck. Ich habe hier gedrückt. Egal. Der wird schreit. Der wird schreit. Wir killen alle. Wir killen alle. Jawohl. Schön. Ich bin zu blöd, Tasten zu drücken. Deswegen läuft es bei mir. Zerstört. Was droppen die so für ein Scheiß? Geld. Wie ist die droppen? Kanadisches Geld. Wir hätten die gar nicht umtauschen müssen, glaube ich. Ist jetzt Kai noch zu kaputt? Oder bin ich jetzt wieder geheilt? Ich gebe jetzt zurück und heile mich kurz. Ich glaube, ich muss mich jedes Mal heilen. So war das, glaube ich, in Kanada. Das habe ich, glaube ich, keine AP. Ich sehe meine AP halt auch nicht. Meine Anzeige. Kurz einmal reinhallen hier. Moment. Eingassen. Dankeschön. Ich weiß, mein HIV-Test ist negativ. Das ist natürlich wunderbar. So wieder raus hier. Und weiter geht die wilde Fahrt. Neun. Kanadische Dollar haben wir schon wieder. Wir sind ja unglaublich rich. So, da müssen wir hin. Wir haben mal kurz die hier. Komm her. Komm her, Jungs. Komm her. Lasst uns kämpfen. Wieder drei. Nur zwei. Das ist ja easy going. Hier nur zwei. Ich kann versuchen, einen One-Suit schotten. Klappt nicht ganz. Fuck. Egal. Wir sammeln uns kurz. Und werden dann den Baby-Freistoß machen. Mit dem Baby-Freistoß sollten wir den oben vernichten. So, Baby-Freistoß. Kein Baby-Freistoß. Doch. Baby-Freistoß. Das macht immer so viel Damage. Einfach mal angeschissen. Geiles Ding. Brauch gar nicht mehr hinten. Scheißegal. Ist schon down. Ja, komm. Zwei-Kombo. Scheißegal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Du bist dead. Dead Torino. Noch mehr kanadische Dollar. Das ist schön. Dann können wir auch hier hingehen, ne? Oh. Gefährliche Bären. So, geh mal weg hier. Kann ich deine Heizung kaputt machen? Ist das eine Heizung? Sieht zumindest danach aus. Ich hoffe, ich bin nicht wieder rumgefickt. Wie beim letzten Mal. Nur am Rumpimpern. Ja, Zeit mal kurz. Verbrauchsgüter. Will ich nicht. Waffen. Oha. Geflammter Degen. Diese Klinge ist so tödlich wie geschwungen. 437-500. Okay. Das Ziel beginnt bei einem perfekten Angriff zu bluten. Schwächt den Angriff. Ja, ist nicht so gut. Ist nicht so. Waffenaufsätze. Was haben wir hier? Angriff liegt nur noch bis zu 200 Rüstung und Stärke. Du hättest 20% Bonus-TP nach einem magischen Angriff. Na, brauchen wir beides nicht. Das ist nicht so gut hier. Nein, nein. Tschüss. Äh. Da ist jemand tot. Und da ist eine Madame. Sie sagen, dass zwei canadiener Mönche leben auf einer sekludeten Isle in der Mitte von Vancouver. Dieser pote Bürger wurde von einem Dierbeer getötet. Du wißt, was ein Dierbeer ist, oder? Es ist wie ein Bär. Es ist ein Dier. Sorry, buddy. Aber es gibt Dierbeer. Du wißt, was ein Dierbeer ist, oder? Ich will den Töten. Kann ich hier durch? Rechts? Ich will ihn doch bloß töten, diesen Bären. Das ist gar kein Problem für mich. Yay. Da ist was getroppt. Ein Ahrornblatt. Oh, so cool. So, kurz erstmal deine Sachen kaputt machen. Vielleicht hast du hier krassen Loot oder sowas. Ich glaube, das ist jetzt der Kollege, der die Sprache kann, oder? Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with Dierbeers? Tell you what. Kill off all the Dierbeers in the north of town and I'll help you however I can. Es war doch klar, dass ich sie töten muss. Aber dafür mache ich seine Kacke hier kaputt. Warum? Weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, jetzt darf ich da auf einmal durch. Ich darf den Bären töten. Das ist ja unglaublich krass. Wie es hier einfach nur aussieht. So, okay. Hier ist es jetzt weg. Komm mal her, Bär. Komm mal her. Wie wir sind denn da? Es ist nur einer, oder? Drei? Es sind halt einfach mal drei. Ich würde sagen, wir starten natürlich womit? Mit einem geilen Sprung. Ja, warum nicht? 9000 haben sie nur. Geht. Perfekter Sprung. So gefällt mir das. Schönes Ding. Kurz und sammeln hier. Oh yeah. Wunderbar gesammelt. Und jetzt werden wir natürlich noch mal diesen Scheiß testen. Und diesmal versuche ich auch immer die Tasten zu treffen. Mal schauen, ob ich diesmal besser bin. Yeah. Wie viel Damage macht das? Alter, Kyle ist so böse. Kyle ist ja so fucking op. Der macht den krassesten Single Target Damage. Er macht den krassesten AOE. Er macht... Es ist einfach nur krass. Neuer Gegenstand? Ein Pelz? Okay. Alles genommen. Und einen Ahornblatt auch mitgenommen. Was ist das für ein Pelz? Was bringt das? Düster Klaue, düster Scheiß, alles düster. Das sind einfach nur Questsgegenstände gewesen, glaube ich. Also nichts zum Anziehen, glaube ich. Oder? Nein. Das ist nur... Alles klar. Okay, okay. Wie viele Outfits wir auch schon wieder am Start haben. Das gefällt mir. Oh, ich hab schon drei von drei. Mehr Breuer gar nicht. Easy going. Hier, bitte. Hier, bitte. Nimm den Scheiß. War ja klar. Egal, wir haben einen neuen Freund. Wir haben echt einen krassen neuen Kerzo-Prinzessin von Kanada zurück. Okay, machen wir doch. Ja, schöne Musik in Kanada. Ab zur Prinzessin die ganze Zeit, die Mösenfürze rausdrückt. Lecker. Mösenfürze sind allgemein immer sehr, sehr knusprig und sehr, sehr lecker. So, raus hier, nach oben. Ganze Kacke so respawnt. Was ist es wie in den Kingdomen zu den Southen? Da du bist. Ich verstehe, du willst mich zu release den Ministeren von Montréal. Ich würde dir helfen, aber ich denke, das könnte ein bisschen eine ploi von den Bishopen von Banff zu haben, Montréal wieder zurück in den Kingdom. Some Canadiens denken unsere Nationen sollten wieder einmal sein, mein Lord. Shut up! Wer der fucker, du? Listen, es ist alles weil der Bishopen von Banff ist ein Liberal. Er macht diese Dinge nur für mich zu machen. Ich muss dich zu machen, eine noblee Aufgabe. Seine Eier, sehr gut. Ja, okay. Ich gehe nach Kanada, ich gehe zum Bischof, zum Banff und töte ihn und bring mir deine Eier. Warten, waren immer die Kanadier, ne? Die haben auch immer Sachen, das gibt es ja gar nicht. Oh, das ist dieser Bär. Böder Bär. Komm her, Bär, ich will dich töten. Du bist halt für mich einfach nur ein Opfer. Mehr auch nicht. Ja, komm hier. Ähm, ja doch. Perfekter Sprung. Das gefällt mir. Sehr, sehr geil. Wisst ihr jetzt, wie es am einfachsten geht, dir alles kaputt zu machen? Wir sammeln uns wieder kurz. Wir werden natürlich wieder die Armee beschwören und werden einfach nur alles kaputt machen. Schönes Ding. Angriff erhöht hier. Fertigkeit. Was macht das eigentlich? Ach ja, das war das mit dem Wind, aber es macht halt nicht auf alles Damage. Also ist es egal. Nein! Es reicht trotzdem. Egal, reicht, passt, easy. Oh Mann. Dieser drei Tasten drücken ist halt schwer. Was war hier eigentlich? Oh, wo sind wir denn jetzt? Jetzt kommt dieser Laderbildschirm wieder. Oh, eine Hülle. Hallo? Komm ich hier irgendwie... Hm. Hier komm ich gar nicht so durch. Guck mal, es sind Schlangen auch noch. Schlangenwölfe und Bären. Hier gibt es kranken Scheiß. Hier gibt es richtig kranken Scheiß. Ich habe noch keine Fertigkeit, scheinbar durchzukommen. Okay, ich kann dich ja später befreien, mein Freund. Da hinten ist sogar eine Goldkiste. Ah, schon wieder ein Bär. Komm dir nicht mal her, hier. Geh mal weg, hier, komm. Junge, Feuer. Sind zwei. Zwei. Wir müssen natürlich wieder hier diese Taktiken machen. Die funktionieren eigentlich am besten. Jetzt machen wir den kurz hier. Einmal hier, auch wieder gesprungen. Einmal kurz den perfekten Jump. Tschüssi. Geiles Ding. Ich tue jetzt immer das Gleiche, sorry. Weil die Gegner halt auch gleich aussehen. Wir sind halt in Kanada. Alles ist verpixelt. Alles ist anders. Und alles ist ziemlich, ziemlich. Anders. Sagen wir es mal so. Joa, ne. Können wir ja nicht anders, ne. Yeah. Woah yeah ja! Damn it! In your face! Das macht euch 50.000 Schaden auf alle! Warum? Weil es einfach kali ist! Well is not op! Nein! So dann waren wir jetzt hier... 았 sind Schlangen? Da sind Schlangen! Da oben ist der Bischof Und hier sind Schlangen! Wie viele halten die aus? 6000? Da können wir one shoten, ne? Easy. Tschüss. Schlange, kurz einmal hier. Fertigkeit erhöht. Dann holen wir einen Babyfreistoß raus. Ich werde mal testen, wie viel Schaden er mit normalen Angriffen macht. Ich habe Aids. Was? Hat er mir gerade Aids gegeben? Hat er mir gerade Aids gegeben? Ich glaube schon. Er hat mir eine Aids-Krankheit. Ja, klar. So. Ich habe düsteren Aids. Sehr schön. Geld mitgenommen. Oh, eine kann noch looten. Nö, das waren beide. Okay, andere oben. Hier müssen wir hin. Hallöchen. Was hat der denn hier? Hat der vielleicht Rüstung für uns? Warte, ich habe kurz seinen Scheißi kaputt. Ja, zeig mal her, was du hast. Oh, Ausrüstung. Oh, Bischofsmütze, Bischofshandschuhe und Bischofrobe. Was ist das denn hier? Das Gewand von jemandem, der wahrhaftig mit Gott geht. Steigert die TP. Max-TP um 250. Du erhältst 200 zusätzlich TP beim Heilen. Okay. Abwehr erhöht zu Beginn des Kampfes. Was macht die Mütze? Du erhältst Wiederbelebung zu Beginn des Kampfes. Das ist halt nicht so krass. Flicken. Falle in den Nahkampf angreifen, allein bis zu 75 Schaden. Das ist das bessere Dornen. Die besseren Dornen. Ja, deutsch ist halt immer eine Stärke. Du erhältst nicht 100 TP. Okay, die Dämonenklaue könnten wir uns kaufen. Nehmen wir auch. Ist besser. Unsere Handschuhe. Aber sonst brauchen wir nix. Rüstung ist jetzt nicht so geil. Also... Würde wir kurz mal eben sagen, ne? Oh. Habt neuer Freund. Dankeschön, neuer Freund. Förster-Handschuhe. Ich glaub, die Handschuhe. Hat der, hat der die Handschuhe? Ja, die Handschuhe sind auf jeden Fall besser. Aber nur die Handschuhe. Die könnten wir uns natürlich holen, wenn wir Bock haben. Aber... Erstmal abwarten. Ne, ich werd erstmal kurz hier das hier reinballern. Und zwar ändern wir kurz das. Das nehmen wir raus hier. Ablegen. Und dafür nehmen wir die neuen Dornen. Da. Neue Dornen. 75. Von 50 auf 75 geklatscht. Easy. Kein Ding für den Kling. Was ist hier denn? Wer lebt denn hier? Hier die, die Frau von Terence oder Philipp. Wie hieß die nochmal? Wie heißt die nochmal? Die Schauspielerin. Oh mein Gott. Die auch schwanger war. Ich weiß es nicht mehr. Aber er geht halt auch dahin, ne? Der Fischer. Erstmal rein. Jetzt so ein Bischof, den wir töten müssen. Und denkt dran. Die Eier müssen wir mitbringen. Das ist das Ding hier in Kanada. So, wann bist du denn für eine? Oh, da ist ne Goldkiste. Guck mal hier rein. Oh, der Bischof ist ganz schön groß. Oh, der ist mega. Aber was ist der für ein Riesentyp? Der ist ja eh nicht groß. Wow. Da wurde etwas geöffnet. Krash. Wie gut wir sind, Alter. Ich sollte mal wieder Zelda spielen. Rein da. Oh. Oh mein Gott. Das Ziel beginnt bei einem perfekten Angriff zu bluten. Trifft bis zu zweisätzliche Ziele. Oh mein Gott. Das ist besser als sowas. Anlegen. Untersuchen. Distanzwaffen. Ey. 100 mehr Damage zu. Was ist denn hier los? Okay. In Kanada gibt es kranke Sachen. Kurz einmal equipen wir den ganzen Scheiß. Was haben wir sonst in unserer Armbrust gehabt für einen kranken Wichs hier? Mal kurz hier ändern. Was hatten wir hier? Äh. Das ist doch neu. War das nicht hier? Oder was? Wie sah denn das aus? Warte. Level 12. Fügbar perfekten Angriff. 35% mehr Schaden zu. Das ist auch nicht. War doch gerade 100 mehr Distanzangriffs. Scheiße. Oder geht das nicht hier? Kann ich das nicht hier drauf machen? Nicht doof. 10% wieder. War das? Feindlicher Angriff bei perfekten Schlägen? Hm. Moment. 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 Ach. Hier muss man das drauf. Ich kann es nicht da drauf machen. Das ist total doof. Dann ist es glaube ich sogar sinnvoller. Wenn wir das hier kurz ändern. Das ablegen. Und dann hier ändern. Und hier auf jeden Fall dann... Oder halt für perfekten Angriff. 35% Schaden hinzu. Ist auch nicht schlecht. Das ist die Frage, was besser ist. Das ist Level 10. Das ist Level 12. Nehmen wir das rein. Okay. Sehr schön. Dann wollen wir gleich mal beim Bischof mal testen, ob das Ding irgendwie funktioniert. Moment. Nachher werde ich eben weggescheuert und kann nichts mehr machen hier. Und du hast irgendwie ein Pokémon hier versteckt, meine Freunde. So Bischof. Wenn wir dich jetzt klatschen. Nö. Werden wir jetzt ein paar jetzt hier an dieser Stelle beenden. Also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Seien ein Haufen super, dass da boah ist. Und Rheingau. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüssi. Und Hallöchen. Wir sind in Kanada. Also nach hier zu gehen. Ich weiß noch nicht. Wo ja ich sag mal. Das war das Hallo. Wir sind bei euch. み中her alsF discusses.